Warte, 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 warte. Oh, dann machst du doch. Ja, ist schon besser. Haut da! BAM! Jetzt ist das ganze Huhn durch in der Mitte. Ey, Digga, der rasiert sich. Du sollst dich nicht rasieren, Junge. Der rasiert sich? Ja, der rasiert sich. Wenn man Messer in der Hand hat, dann kannst du dich rasieren. Geil. Das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Ja? Gibt es Risschen auf dem alten Map? Nee. Okay. Hier, ein paar Fleisch. Alter, was ist denn hier passiert? Oh, oh, Wölfe, Wölfe. Was? Nein, nicht im Ernst. Ich schwöre. Eine oder wie viele? Ey, der stirbt nicht, Junge. Wo bist du? Da unten, man. Zombies und Wölfe. Hilf mir. Er kommt zu dir. Unter dir, Zombies. Boah, komm mit nach oben. Holy shit, der kann ich da durch? Ja. Geh nachher aus. Oh, ich kann nicht mehr laufen. Ich geh gleich, ja. Versteck dich. Jeder guckt zu sich. Komm her, komm her. Nice. Lass zu. Welchen Trieb. Holy shit, Junge. Oder was? Die kommen rein. Die kommen wieder rein. Die Patchknife da rein. Das ist gut. Das ist gut. Ich kann das, kann nicht. Können wir gleich machen. Ich hau jetzt alle kaputt. Nice. Ich hoffe, es gibt Essen. Ey, die kommen einfach da rein, Digga. Was geht hier? Egal, immerhin haben wir jetzt den Wolf nicht mal im Arschkleben. Aber Digga, die haben eine Mention. 45 ACP. Das. Es war zum Glück nur einer. Ey, Digga, ich schaue nach hinten. Der hat auch einen Wolf. Fuck, ey. Oh, der kommt rein. Der kommt rein. Der ist da. Boah, was? Kill ihn aus. Ah. Der haut mich voll kaputt. Hab ihn. Nein. Oh. Leck mich am Arsch. Dieses Mistvieh, Junge. Holy shit. Wo kommt der denn her? Ich muss meine Hände waschen. Sonst werde ich... Alte. Zombie, Zombie. Hilfe, 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 Hilfe. Hinter dir. Ja, ich weiß. Verbind mich gerade. Da kommt noch einer. Das ist Pisser, Digga. Die kommen da einfach rein, man. Soll ich die Tür aufmachen? Wieder zu. Ey, die Petschen einfach durch. Aber du hast ja... Digga, zwei Schläge, die sind weg. Iron Man, Junge. Ne, mein Gott. Scheiße. Ey, ich hab jetzt... Ey, was... Was war das, bitteschön? Keine Ahnung, Digga. Sonst hat Pech hier. Ey, dieses Mistvieh, ne? Schau mal, wie viele Zombies da am Boden liegen. Ehrlich, ich bin schon wieder halbtot. Ey, jetzt haben wir Fett wenigstens an dem Scheißenhof. Ey, wir brauchen unbedingt diese... Ey, die kommen alle da rein, was ist los? Hast du mal so ein Pack mitgenommen? So ein IV-Kit? Äh, ja. Können wir jetzt gleich nochmal transversieren? Äh, trans... Aha, du meinst du... Ich bin schon wieder auf Rot. Ah, nein. Doch, dieser Wolf hat mich einmal angehittet. Ey, Digga, mach die Tür auf und wieder zu, man. Das ist doch nicht normal, sowas. Wieder zu. So. Ich schlitz mal den Wolf, weil das musst du unbedingt jetzt haben. Wo bist du? Ich schlitz erstmal den Wolf auf. Ja, ja. Kannst du das machen? Ja. Meine Hände sind blutend. Ich weiss nicht, das führt zu einer Krankheit oder nicht? Deine Hände sind blutend? Ja. Also ich meine vom Wolf, weisst du? Achso, ne, ich weiss nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ist jetzt mein Messer verschwunden. Immer da drin, ja. Also ich habe in dem IV-Set habe ich, äh, Blutentnahme-Set. Scheiße. Wo ist das andere? Ja. Äh, Digga. Ich finde alles andere nicht mehr. Oder? Geh noch mal rein, los. Nein. Sperr dich rein, komm rein. Scheiß Wolf, Digga. Was macht der denn? Ey, der kommt, der kommt. Oh, ich habe keine Türe, Alter. Scheiße. Das kann doch nicht sein, oder? Digga, die kommen jetzt alle. Oh, es sind mehrere. Zwei Stück. Ja, ich habe noch, äh, zwei Schüsse in der Shotgun. Drei. Scheiße, Digga. Mit der Pistole, was meinst du? Oder gehen auch kaputt mit der Pistole, oder? Wie habe ich jetzt da drinnen? Du ladest nachher jetzt, oder? Ich habe noch drei verfickte Schüsse in die Scheiß-Stroflinte. Ja. Ich sehe einen da rumrennen. Was das, Digga? Eins. Zwei. Au. Da steht ein grauer Wolf, Junge. Ein grauer? Ja. Das ist der Rudel. Führer. Der Rudel. Geh weg von uns. Darum ist die Base nicht so schlecht besucht. Oh, Digga, da sind noch vier andere. Drei andere. Ey, ich wirf ihm mal eine Granate raus. Was? Was meinst du? Eine Granate? Ja, ja. Du kannst da nicht durchwerfen. Du bringst uns beide um. Ey, das. Ey, ich kann die Tür nicht aufmachen, Junge. Ey. Hier geht die Tür nicht auf. Ich glaube, ich muss auch verlassen und wieder einsteigen. Ich kann die Tür nicht aufmachen. Kannst du mal da die Tür aufmachen? Danke. Ey. Wie machen wir das denn jetzt? Mach sie wieder zu. Mach sie wieder auf. Ich bin hängen geblieben. Ah, jetzt bin ich raus. Jetzt kannst du... Mach Tür auf. Ich hilf dir. Mach Tür auf. Scheiße. Ich hab keinen Bock mehr. Lass sie. Lass sie. Warte. Wo sind sie? Bastard, der geht. Oh! Weg ist der. Zwei Schuss hab ich auch noch. Ich hab noch zwei, ja? Ja. Ich hab auch noch zwei drinnen. Die kommen. Die kommen. Komm, Tresa. Tschüss. Oh! Nice. Ja! Wir haben den Rudelführer getötet. Alter! Was ist der Action hier? Ey, die kommen da? Nein, die haben da. Die auch noch ab, ja. Okay, komm. Jetzt haben wir doch... Alter Schwede. Was war da los, Junge? Das hat jetzt echt gerade... Alles gegeben. Der Metzl pur. Mein Kollege war auch gestern so eingefangen. Ey, ich nehm das Fett hier mit. Das ist nice. Verdammte Axt, ey. Ja, das Problem ist jetzt, wir haben uns natürlich richtig auf... Weck. Wir haben alles verbracht. Ich hab nur noch Pistole, Digga. Und zwei Schüsse hab ich noch. Nein, eine. Ich hab auch keine Schroplitten-Munition mehr. Okay. Wir müssen halt jetzt nur aufpassen, nicht, dass uns jetzt hier doch einer noch... Was meinst du, Spieler oder was? Ja. Ich guck gerade mal kurz raus durch die Fenster. Ja. Das könnte schon sein. Weil wir uns halt richtig aufmerksam gemacht haben, Carlo, ne? Ja, aber gut. Meistens, die haben auch Angst, weißt du? Wenn ich Schüsse höre, überlege ich mich zweimal, ob ich über das komme oder nicht. Aber ja. Ja. Na gut, komm, ich geh mal gucken. Wir müssen riskieren, was wir jetzt machen. Ja, richtig. Aber jetzt haben wir nichts mehr da. Wir haben alles geloogt, glaub ich, oder? Hier. Nee. Okay. Nicht damit. Hier kommen noch zwei, drei weitere Baracken. Okay. Ich geh in die Garagen da hinten. Weil wir brauchen Essen, wir müssen unbedingt dein Dorf rein, oder irgendwie sowas. Mhm. Pfff. Da ist ne Hand schwindel ich mal. Nice. Ich weiß nicht, ob ich krank werde, weil ich meine Hände nicht gewaschen habe. Du kannst auch Hände gewaschen, weißt, ne? Okay, ACP-Munition hab ich schon mal. Meine Hände sind auch blutig. Ja, ich weiß nicht schon, dass das krank ist. Ich weiß nicht. Wir haben aber keine Schnittfunden an den Händen gehabt, oder? Nein, das nicht. Ich habe eine Zündkerze für das Auto. Soll ich mitnehmen und das anlassen? Kannst du mitnehmen, wenn du Bock hast? Okay. Mann, muss ich wirklich alles in die Hände nehmen? Ah, da ist das intense. Aber das war schon krass jetzt. Nee, oh. Aber übelst. Es ist auch schwer zu überleben. Oh, da ist ein Fass. Mach auf. Da ist nichts drin. Okay. Also meine Schrohrflinte ist alle. Eine Autobatterie und ein... was ist da hinten? Eine Rauchgranate wieder mal. Mann, der will sie wieder nicht von Boden nehmen. Komm. Ich habe zwei Rauchgranate. Eine Granate. Ein neues Messer. Noch nicht schlecht. Warst du da oben? Auf dem Posten da oben? Nee, war ich noch nicht. Okay. Ich hoffe, jetzt werde ich nicht erschossen. Das ist gar nicht gut. Ah, da ist nichts. Weg. Wieder runter. Na, alles gegangen. känns wohl auch. Dr. Sue flach。 Mit verbeten wir haben welche 할beggaue.